Millionen Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Lena macht Deutschland fit. Mit ihrem Power-Workout auf DVD. Magdalena Neuner, die erfolgreichste Biathletin aller Zeiten. Sportlerin der Jahre 2012, 2011 und 2007. Zweifache Olympiasiegerin und zwölffache Goldmedaillengewinnerin. Präsentiert ein sensationelles Trainingsprogramm für zu Hause. Toll in Form, toll geformt. Und das mit ganz viel Fun. Das Training macht nicht nur richtig viel Spaß, sondern lässt auch keine sportlichen Wünsche offen. Warm-up zur Muskelmobilisierung. Cardiotuning für Herz- und Kreislauf. Core-Workouts für Bauch und Taille. Total-Body-Einheiten. Stretch und Relax zum Regenerieren. Funktionale Fitness, gesteigerte Fettverbrennung und extrem effektives Body-Shaping. Hier ist alles drin. Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis gleichermaßen. Selbst wenn man sich dann mit der DVD steigert, man hat ganz, ganz lange was davon. Man kann wirklich den Anfänger, sowie auch den Fortgeschrittenen bis zu den Profis, kann man wirklich jedem, jedem kann man diese DVD in die Hand drücken und jeder hat da was davon. Und sowas wollten wir auch machen. Und man wirklich sieht, da steckt auch Power dahinter. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist sowieso, dass man Spaß hat. Die bekannte Münchner Fitness-Expertin Michaela Süßbauer hat das Programm dieser DVD zusammen mit Magdalena entwickelt. Beiden ist es wichtig, Fitness professionell, aber mit jeder Menge guter Laune zu vermitteln. Die positive Energie der beiden Powerfrauen ist einfach mitreißend. Also wir hatten auf jeden Fall jede, jede Menge Spaß und ja, ich denke wir werden es auch noch haben. Ja. Als Bonus-Features gibt es ein tolles Making-of mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen. Im Interview sprechen Lena und Michi über Sport und den inneren Schweinehund. Im Grunde gibt es keine Ausrede, sich auf die Karte zu setzen und zu sagen, ich habe gar nicht so richtig die Möglichkeiten dazu. Die Dreharbeiten und ihre Zusammenarbeit. Also es hat wirklich einen Riesenspaß gemacht und ich habe gemerkt, dass wir in echt kurzer Zeit was total Schönes geschafft haben. Und ich denke, dass die DVD richtig gut ist. Fit mit Magdalena Neuner. Cardiopower und Bodyshaping mit Funfaktor. Jetzt überall, wo es DVDs gibt. Kald하 aufhören. скажем�. Untertitelung des ZDF, 2020